Also ich kenne die ganzen zehn Jahre von Freerun Zürich sehr gut. Ich habe sehr oft, also früher halt mit dem Ron, mit dem Kai, Marco, Sevi. Die ganze Gruppendynamik des Vereins ist sehr konstant. Obwohl auch immer wieder mehr Leute dazukommen. Wir haben immer mega Spass beim Trainieren, treffen uns, beim Essen. Klar gab es Zeiten, die ich nicht so oft trainiert habe. Mit der Zeit habe ich aber schon gemerkt, irgendwie fehlt es mir. Weil es sind auch zum Teil mega gute Freundschaften entstanden, wo man mehr als nur zusammen trainiert, sondern auch sonst Sachen miteinander macht. Und ja, man kommt immer wieder. Und ja, man hört ja viel Mist. Und ja, manㅡ. Und ja, gar